Hey ihr kleinen Nasebohrer! Kleines Informationsvideo zum Mittwoch, wo ja eigentlich nix kommt, wisch! The Community-Zeug habe ich noch jetzt für diesen Samstag, aber dann ist es eng. Das heißt, diesen Sonntag, ähm, kommt... Okay, ich fang anders an, Moment! Diesen Sonntag kommt ein ziemlich cooles Special-Video. Äh, da werde ich sonntags keine Informationen bringen. Wow, wie dunkel das hier ist. Aber, hab ich immer was für Freitag? Am Freitag, am Musiktag, werde ich, ähm, ein weiteres Informationsvideo rüberbringen, äh, rausbringen. Bis dahin überlege ich mir, wann wir dann nächste Woche wieder zocken können, Community-mäßig, weil jetzt, äh, habe ich keine Aufnahmen mehr. Und dann brauche ich wieder eure Hilfe, eure Beihilfe zum Mord. Aber ich muss mir noch überlegen, bis zum Freitag, was ich, was ich, was gemacht wird. Obacht, jetzt noch eine kleine, äh, Informante, Leute. Durch diesen blöden Upload-Fehler bei Goat-Simulator, Moment. Jetzt ist es natürlich da unten erschienen, ne? Und da steht auch vor fünf Tagen, äh, vor fünf Tagen, obwohl ich ist ja eigentlich, das eine ist ja erst ein Tag alt. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe das vor fünf Tagen eben aus Versehen direkt auf öffentlich gestellt. Und jetzt, äh, sieht es natürlich kein Schwein von euch. Ihr denkt euch, Moment mal, Killer hat seit zwei Tagen nichts gemacht. Ist er hingefallen? Und gut, ich bin hingefallen, aber, äh, trotzdem. Hier unten, das ist, äh, ja. Ich will ja keine Werbung für meine Videos machen hier auf meinem Kanal. Versteht ihr mich? Und dann noch für alle, äh, ihr wisst ja, ich habe letztens, äh, diesen, die hier, Musik, am Musikfreitag, habe ich ja dieses Lied, ähm, Gedingels, Bummels. Und, äh, guck mal, ich zeig euch mal, wie weit ich schon bin. Moment. Da sind die Boxe. Ihr dürft kurz reinhören. Ihr dürft kurz reinhören. Achtung, es ist voll laut. Passt mit euren Ohren auf. Ja, soweit dazu. Da ist meine Hand. Das war's soweit. Das Lied habe ich bald fertig, aber nicht bis diesen Freitag. Da muss ich da mal ran. Diesen Sonntag kommt ein Special, denk dran. Ein Special? Kein Abonnentenspecial, was anderes Specialig ist. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao.